Ja, man soll dann erst diese Impfpflicht scharf schalten, wenn sie mütig ist. Ist das dann nicht viel zu spät? Wir müssen uns... Und... ja. Hast du klar? Hast du klar? Ich glaube, wir sollten abbrechen. Wir machen an dieser Stelle hier weiter. Sie haben es gesehen, der Kollege Pfeffer in Berlin ist nicht ganz...